Tschüssi und mei, wenn habe ich dich gekauft, wird es sicher schon wieder drei Jahre her sein oder was? Und ich kaufe ja nur die 501 mit der Knopfleiste. Ja, da kann ich mir das einrichten. Die Zipp werden ja alle schnell hin nach kurzer Zeit. Bei den Knopfleisten ist das ein Vorteil, du entscheidest, wie viel Knopf du offen hast, das bequem sitzt. Und ich kaufe die 501 jetzt schon mittlerweile seit Mitte der 80er Jahre. Da hat man zum Wiener Abo immer einen Gutschein für ein Durek gekriegt, für Gratis-Jeans. Und die amerikanischen Arbeitshosen sind wirklich die besten, muss ich so sagen.